Und da kam bei mir natürlich auch schon der Gedanke, 63 Jahre eigentlich, möchte ich nicht weiter in einer Bank arbeiten, möchte flexibler meinen Tag gestalten. Die überzeugendste Motivation war, dass ich in eine fertige Organisation rein konnte. Das hat schon mal den Schritt deutlich verkleinert, zu sagen, ja, du fängst jetzt noch mal was anderes an. Und das habe ich bis heute auch nicht bereut. Ja, herzlich willkommen zu unserer NFS Netfonds Financial Service Startup Serie. Heute freue ich mich, dass ich den Günter Essling zu Besuch habe hier als Gast. Und wir wollen ein bisschen auch über die Möglichkeiten der Selbstständigkeit sprechen, weil es gibt unterschiedliche Ideen, wie man das machen kann. Ja, lieben Dank, Günter, dass du erst mal dabei bist. Ja, vielen Dank. Ja, und lass uns einfach mal rein starten. Also du hast ja schon, ohne dir zu nahe treten zu wollen, schon das eine oder andere vielleicht im Leben erlebt in der Bank. Und ich habe gehört, du bist ja schon länger in der Bank, also vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wo kommst du überhaupt her? Ja, sehr, sehr gerne, Christian. Also ich sage mal, knapp 35 Jahre bin ich jetzt im Private Banking. Und ich sage immer, ich habe die unterschiedlichsten Anbieter des Marktes kennengelernt. Von einer Großbank, einer deutschen Großbank, wo ich viele Jahre Leiter des Private Bankings war, hin zu einer schweizerischen Großbank, die in Hamburg ihren Sitz hatte, wo ich ein Beraterteam geleitet habe. Dann zu einer kleinen Privatbank, auch nach Hamburg, wo ich eine ganze Zeit das Family Office geleitet habe und dann die Niederlassung. Ja, und dann kam ich zu dem Punkt 63, dann beschäftigt man sich ja, wenn man so in dem Lebensalter ist damit, hm, was macht man denn jetzt? Und dann habe ich nochmal Revue passieren lassen, also Deutsch-Großbank hast du, Schweizerische Großbank hast du, kleine Privatbank kennst du, eigentlich kennst du nur die Selbstständigkeit nicht. Und bevor wir jetzt zu dem nächsten Thema kommen, gibt es eine Präferenz, wo du sagst Großbank, Privatbank, kleine Bank, du hast ja verschiedene Stationen kennengelernt, jetzt wollen wir nicht zu doll in die Vergangenheit pfeifen, aber wo hat es dir denn am besten gefallen? Alles hatte Sonnenseiten und überall gab es Schattenseiten. Von vorne bis hinten. Also man kann eigentlich nicht sagen, wo hat es einem am besten gefallen. Wenn man diese unterschiedlichen Anbieter des Marktes dort gearbeitet hat, musste man halt eben gucken, wo muss ich mich hin entwickeln, um in den Bereichen halt eben dann auch weiter erfolgreich zu sein. Und jede Station, die du dann gemacht hast, ich denke mal gerade in der Jugend, wenn man dynamisch ist, kann es ja auch mal ein gehaltliches Thema sein, aber vielleicht sind es ja auch mal andere Themen, die einen nachher motivieren, den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht magst du da kurz mal sagen, was waren deine Faktoren, die für dich vielleicht erst mal und später anders sich entscheidend entwickelt haben, also die Entscheidung, die du getroffen hast. Wie war das bei dir? Also ich komme ja eigentlich aus einer deutschen Großbank und dort hat mir dann irgendwann ja der Vertriebsdruck und die Produktkonzentration nicht mehr gefallen. Ich bin dann zu einer Schweizer Adresse gegangen, die zu Anfang hier in Deutschland eigentlich gearbeitet hat wie eine kleine Privatbank. Als es dann aber so in das Jahr 2008 ging, also Bankenkrise, hat man dann doch plötzlich gemerkt, die Gesamtentwicklung in der Bank hat doch deutlich mehr mit einer Großbank zu tun. Mit einer Großbank, das heißt, es gab da dann plötzlich Vertriebsvorgaben hinsichtlich der Produkte, Vertriebsvorgaben, wie man die gesamte Betreuung gestaltet und, und, und. Daraufhin habe ich dann eigentlich den Schritt zu einer kleinen Privatbank gemacht. Da gab es keinerlei Produktvorgaben. Das war insgesamt schon mal gut. Allerdings muss man auch da sagen, was mir dann immer noch gefehlt hat, war die Nähe zu denjenigen, die Produkte kreiert haben. Weil natürlich auch bei einer Privatbank gab es halt eben Marketingabteilungen, die halt eben auch da die Produktanbieter vorselektiert haben. Und auch, wenn man diese Produkte dann Kunden empfohlen hat, dann hatte man nicht den direkten Kontakt zu den Produktanbietern. Verstanden. Ja, bei uns gibt es ja Freiheit in der Beratung. Wir haben ein großes Produktspektrum. Aber was waren denn deine Kriterien für bis jetzt die letzte Station, wo du gesagt hast, ich kannte die Selbstständigkeit noch nicht? Also, wie hast du dich da sozusagen rangerobbt an das neue Thema? Also, rangerobbt ist eigentlich eine gute Formulierung. Ich wollte immer den direkten Draht, den direkten Kontakt zu Produktanbietern haben. Und wie der Zufall es wollte, habe ich eigentlich immer einen sehr, sehr guten Kontakt zu einem ehemaligen Mitarbeiter von mir gehalten, dem Herrn Glieve, der Mitarbeiter bei einer Schweizer Adresse war bei mir. Und ja, irgendwann sagte der Mensch, man kann sich ja auch im Alter selbstständig machen. Und da kam bei mir natürlich auch schon der Gedanke, 63 Jahre eigentlich möchte ich nicht weiter in einer Bank arbeiten, möchte flexibler meinen Tag gestalten. Aber ohne, jetzt kommt die zweite Motivation, ohne halt eben dauerhaft zu Hause zu sein. Das ist ja auch später eine Herausforderung, wenn man auf einmal von 100 Prozent, also sagen wir mal 40 Stunden Woche oder je nachdem, mehr oder weniger, wie es jeder hört, auf einmal auf null Stunden kommt und sagt jetzt, liebe Frau, bin ich da? Da hat ja schon der eine oder andere dann neue Themen, die sich beschäftigen muss. Ja, ja, zumal ich das halt eben zweimal erlebt habe, weil als ich die Adressen gewechselt habe, wobei ich immer zehn Jahre immer bei einer Adresse war, nie kürzer, aber dann ging es halt eben immer sechs Monate Auszeit. Diese sechs Monate Auszeit zu Hause, ja, ich sage mal, waren für mich eine Herausforderung, aber meine Frau sagt immer, für sie eine besondere Herausforderung. Das glaube ich, ja. Weil plötzlich sagte sie zu mir, ich gehe mal einkaufen und ich sagte, ach, ich komme mit. Und da sagte meine Frau dann, du warst noch nie mit einkaufen. Ja, ja, aber was soll ich denn den ganzen Tag machen? Also daher kannte ich diese Konstellation schon und für mich konnte ich nicht vorstellen, mit 63 bei einer Bank aufzuhören. Das wollte ich in jedem Fall, aber dann nichts mehr zu machen. Lass uns auf diesen Punkt nochmal zurückkommen, 63 aufzuhören. Du hast den Matthias Glieve, den kenne ich ja nun auch schon vier Jahre, weil er bei uns Partner ist, kennengelernt. Und was waren deine Herausforderungen, Ängste, Sorgen, aber auch vielleicht auch die Momente, wo du sagst, genau deswegen habe ich es gemacht. Deswegen bin ich diesen Schritt auch jetzt Richtung Selbstständigkeit gegangen. Herausforderungen, Ängste, also einmal, ich bin nicht der Stärkste im Bereich Organisation. Also war schon mal das erste Thema, Selbstständigkeit heißt, Formalien beachten, alle möglichen Dinge einhalten. Das wollte ich nicht selber machen. So, da hat mich Matthias Glieve davon überzeugt, dass der ja Partner auch bei Netfonds ist, dass hier eine Organisation komplett fertig steht. Und ich habe nie die Kollegen bei Compliance besonders in mein Herz geschlossen, bei den Banken. Aber ich muss sagen, auch das hat sich hinterher bewahrheitet. Man kann eben in dieser Konstellation mit den Leuten reden, wo man Empfehlungen bekommt, wie man das Ganze händeln muss. Und dann das Überzeugendste, die überzeugendste Motivation war, dass ich bei Matthias Glieve in eine fertige Organisation rein konnte. Also ich wollte nie alleine sein. Ich wollte nie alleine arbeiten. Weil, dann kann ich ja auch zu Hause bleiben. Man braucht ja interaktive Kommunikation, gerade in unserem Business. Und ja, da kam das Angebot von Matthias. Mensch, komm doch zu mir. Das hat schon mal den Schritt deutlich verkleinert, zu sagen, ja, du fängst jetzt nochmal was anderes an. Und das habe ich bis heute auch nicht bereut. Und jetzt mal von der Situation, die Entscheidung ist getroffen. Die Organisation, bin ich bei dir, die unterstützen wir auch stark. Die ist ja vorhanden dann. Wie war das mit Kunden? Du musst es ja auch irgendwo sehen dann, oder die Idee war ja auch natürlich, dass du nicht zu Hause sitzt und Däubchen drehst, sondern dass du natürlich das, was du die ganzen Jahre gerne machst, auch deine Kunden, deine zukünftigen Kunden findest und betreust. Hat das funktioniert für dich? Ja, es hat sehr gut funktioniert. Ich habe ja, wie gesagt, etwas über 30 Jahre am Bankenplatz Hamburg, war ich präsent. Ich hatte sehr, sehr langjährige Netzwerke, Kontakte zu Kunden, zu Nichtkunden. Und ich habe eine wirklich überraschende Erfahrung gemacht, wie offen Kunden halt eben sind, wenn man sagt, ich habe etwas gefunden, wo die Organisation rundherum komplett steht, aber ich bin nicht mehr abhängig von einer Bankadresse. Und das war für viele, viele auch Nichtkunden, das Argument zu sagen, ja, dann können wir darüber doch einfach mal reden. Und das ging halt eben durch die langjährigen Kontakte eben sehr, 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 sehr oft halt eben auch von Nichtkundenseite aus, die einfach noch beobachtet haben, was mache ich denn jetzt, die man einfach so wieder getroffen hat, wo man dann gesagt hat, was man so macht, wo man auch gesagt hat, dass man nicht mehr so den Stress haben möchte, sondern das Ganze ruhiger angehen lassen will. Und das war also oftmals das Argument, auch kundenseitig zu sagen, ja, das probiere ich mal. Ich habe das auch schon von anderen Beratern gehört und erlebt, dass sie gesagt haben, wenn sich dann Kunden bei denen mal gemeldet haben, auf einmal kamen sie, ach, übrigens, bei den zwei Banken habe ich auch noch Geld, das habe ich dir nur nie erzählt. Ich weiß nicht, ob du die Erlebnisse auch schon mal gehabt hast. Ja, das ist eigentlich normal. Ja, und jetzt bist du ja, ich bin mir dann überlegen, sind das zwei Jahre, drei Jahre? Wie lange bist du jetzt bei uns? Fast vier Jahre. Vier Jahre, ach Gott, die Zeit läuft, ja. Und sag mal, die Rente oder der Zeitpunkt der Rente könnte ja näher rücken für dich. Hast du dir schon überlegt, wie du das so jetzt für die nächsten Jahre weitergestalten willst? Ja, also offizieller Rentenbeginn war schon. Erster Nächster Wunsch. Das ist also schon alles passiert. Und ja, ich habe mit meinen Kunden eigentlich einen offenen Dialog. Die wissen, dass ich zum Beispiel freitags nicht ins Büro gehe. Ich gehe, wenn ich arbeite, gehe ich immer ins Büro, mache das nicht zu Hause, weil ich da schon eine Trennung haben möchte, einfach für mich auch. Und ja, die Zukunft, solange ich geistig so fit bin und mich das Ganze nicht überbelastet, möchte ich eigentlich mit meinen Kunden die Dinge weitermachen. Und dabei hilft mir im Übrigen doch die 35 Jahre Erfahrung, weil in den 35 Jahren waren ja so viele Krisen, die auch viele meiner Kunden mit mir auch schon miterlebt haben oder nicht Kunden auch, die auch da mal meinen Rat eingeholt haben, dass viele Kunden also heute immer noch sagen, ach, im Übrigen oder nicht Kunden, ich bin ja noch nicht Kunde, aber was sagt denn so jemand, der langjährige Erfahrung durch Krisen hatte? Und das ist eigentlich ganz gut. Wichtig ist halt eben auch, und auch das hat sich bewahrheitet, dass man einen guten Kontakt und ein gutes Verhältnis zu denjenigen hat, wo man hingeht. Das war in diesem Fall Matthias Gliewe, weil meine Motivation war ja immer sozial, eine eigene soziale Rundung zu haben, Background zu haben. Und das ist gut. Und das möchte ich eigentlich auch noch ein paar Jahre, wenn das alles so gut läuft, weitermachen. Klingt erstmal für mich sehr rund. Und ich glaube, ich habe gar keine weiteren Fragen mehr. Also du hast dir ja sowieso noch nicht vorgenommen, jetzt in ein oder zwei Jahren möchte ich das dann an Matthias zum Beispiel übergeben. Oder ihr habt schon darüber gesprochen, glaube ich, dass er mal die Kunden natürlich dann irgendwann übernehmen wird in der Firma, dass auch so ein Backup da ist. Wir haben darüber gesprochen. Alle meine Kunden kennen Matthias auch persönlich. Wir haben die ersten Termine auch immer zusammen wahrgenommen. Auch das ist im Übrigen, kann ich nur jedem empfehlen, der über diesen Schritt nachdenkt. Was mache ich mit 63 oder 62 oder 64? Man braucht immer jemanden, dem man vertraut, der da ist, wenn man in Urlaub ist und wenn man halt eben auch mal krank wird. Und das ist bei uns gut über die Bühne gegangen, sodass also, selbst wenn ich mal nicht mehr könnte, ich auch mal einen Monat, zwei Monate ausfalle, die Kunden nach wie vor eine gute weitere Betreuung haben. Das klingt sehr rund, muss ich sagen. Und freut mich, dass du so deinen Ruhestand verbringen kannst. Andere machen es ja auch mit einer Weltreise oder auch anderen sportlichen Aktivitäten, aber du bist dann deiner Passion treu geblieben. Und ich bin bei dir. Also Leute, die lange Jahre im Business sind, die haben halt viel Erfahrung. Und ich finde, das ist sehr, sehr wertvoll im Business. Und weil aus Erfahrung kann man einfach viel, viel besser handeln, als wenn man dann bestimmte Situationen noch nicht erlebt hat. Also insofern, Günther, vielen Dank erstmal für das Interview. Und ich hoffe, Sie konnten auch was mitnehmen oder ihr und freue mich aufs nächste Mal. Danke.